Deswegen hasse ich die, weil ich jedes Mal reinrenne. Die sind wie Magneten für mich. Jetzt wird es nämlich schon wieder eng mit dem Leben. Wo kommt er? Mann, bin ich schlecht. Okay, hier ist Quicksave. Da müssen wir uns mal was überlegen. Na komm. Okay. Boah, sind das viele hier. Die kommen auch von allen Seiten. Nein. Er geht doch schon wieder in die Hose hier. Oh, jetzt aber. Irgendwo rennt noch einer rum. Da hinten sind noch mehr. Da kommt auch noch einer angestampft. Boah. Hm, das ist auch normal. Gibt's gar nicht. Das ist jetzt schon so abkacke. Gibt's hier noch was? Ne. Auch nichts mehr. Das kann doch nicht wahr sein. Hier. Nichts. Das ist auch nichts mehr. Oh ja, noch ein paar fette. Geil. Jetzt muss nur noch so ein Bombtyp von hinten kommen. Dann bin ich bedient. Irgendwer schießt noch auf mich. Jetzt aber. Komm. Jetzt ist es sauber. Wunderbar. So, noch ein bisschen Leben und vielleicht Rüstung finden. Okay. Sie kamen auf der Sonnenbarke. Osiris stand am Ruder, Anubis und Horus an seiner Seite. Okay. Ägyptisch kann der Sam auch. Okay. Bitte trete das Geilröhr. Hä? Museum für ägyptische Altertümer in Kairo befand sich von 1902 bis 2015 in diesem Gebäude. Das Gebäude wird... Boah. Der Vordereingang ist versperrt. Ja. Team Bravo Eingangsstelle. Okay. Also an der rechten Seite. Das war's. Ja. So. Nur 37 Leben ist vielleicht noch ein bisschen wenig. 47. Bisschen Rüstung. Also wirklich knapp bemessen mit dem Leben hier. Ich muss vorsichtiger agieren. Sonst geht das schwer in die Boots. Hier ist nichts mehr. Hier ist nichts mehr. Da liegt nur was. Okay. Okay. So wahnsinnig viel Zeug ist das jetzt immer noch nicht. Ja. Gehen wir mal rein in den Schuppen. Ah. Da liegt nur was. Oh nein. Diese komischen Pferde. Die schnellen Dinger. Ach die Kacke. Warum geht denn kein Nahkampf? Mann. Weil wenn das so weiter geht, ist das aber schnell. Am Ende hier. Das ist für Jones. Warum konnte ich denn jetzt keinen Nahkampf bei den Dingern machen? Na wo ist er? Da war grad. Boah. Was halten die Dinger denn aus hier? Hä? Muss ich jetzt nicht verstehen. Das war irgendwie mittendrin Nahkampf aktiviert. Und dann fehlt eine Animation oder so. Oder ich hab's einfach nicht richtig erkannt. Keine Ahnung. Ist zu hoch für mich. Ich hab's gerade so überlegt. Es reicht mir. Aber hier ist auch nichts mehr. Zeit um ein bisschen zu recherchieren. Zeit um ein bisschen zu recherchieren. Schwierigkeit normal. 31 Gesamtpunktzahl. Mein Rekord. Ja. Okay. Nächstes Level. Herrlich. Im Dunkeln. Okay. Mit die Pigs. Ich habe den Stein. Er ist auf dem zweiten Fluss. Es klingt wie er die Hieroglyphs gefunden hat. Er hat seine Fotos gefunden. Er hat die Fotos vermutlich. Er sagt, wir werden die Fotos bekommen. Wenn wir ihn bekommen. Sag kleine Nelly. Sichtig. Der Vater ist auf dem Weg. Roger das. Okay. Ah. Hier wird's wieder heller. Schauen wir uns mal um. Wird wieder gespeichert. Ja. Komm her. Oh. 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 Dann wissen wir die Ker source aus. Einfach mal zertrumpeln. Jo. Ja. Oh, einfach zertrampeln. Ich fasse es nicht, im ersten Level schon zweimal verreckt. Eigentlich ja ein absolutes No-Go. Noch mehr Eier. Medipacks. Nein. Na, so ein kleiner Käfer. Da vorne liegt noch Rüstung. Die sind aber auch so schnell. Okay. Da läuft was an der Decke. Oh, du wolltest mich verkack-eiern hier. Hm, nix mehr. Batsch. Ich hoffe, ich kriege mal irgendwie eine bessere Waffe, weil die nervt ein bisschen. Muss man ja ewig draufhalten für ein Vieh. Boah. 15 Rüstung. Sonst... Das ist nix. Komm ich hierher? Nee. Hm. Oh, nö. Nö, 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 nö. Boah. Beiden Gebäuden sind die Dinger ja noch schlimmer. Gesundheit voll. okay die rüstung auch das nur noch zwei da kommen die burn abgerissen okay ach jetzt sind wir wieder in der großen halle aber was rennst du denn da durch die gegend ich treffe ihn aber auch zum verrecken nicht oder wie so matsch ok da hinten ist nur ein käferchen katsch ist nur nix mehr noch ein käferchen viel effektiver als schießen irgendwie seltsame geräusche oh hat er hier matscht der hat doch gerade rot geblinkt die scherbe blinkt stirb stirb die nervigen kleinen dinger noch dazwischen nichts ok ritt bisschen rüstung und ab in den keller unten in der mitte wird aktuelle magazin angezeigt klingelt ein handy kann ich den eigentlich nö auch kisten kaputt das k die mit der pistole rum rennen das kenne ich aber anders gespeichert zwischen sequenz klingelt 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 oh mein Gott noch mehr käfer ach du kacke Wo ist denn der hier eingeloggt?